hier steht ich soll das nehmen und das war falsch das war falsch das war ein troll das war ein wunderschöner troll hallo und willkommen zurück zu platform creator plus a wir haben jetzt die smb3 version von sonic bedeutet wir müssten logischerweise auch smb3 hier reinpacken ja und so sieht es auch schon viel besser aus und ich gucke auch noch mal ganz kurz ob ich vielleicht den rang erhöhen kann ja tatsächlich ich bin jetzt rang 7 ihr könnt mir jetzt alle gratulieren jetzt alle mit den händen klatschen hier ist auch das feuerwerk habt ihr das schon gemacht okay danke vielen vielen dank bitte keine fotos bitte kein blitzlicht das macht mich immer so ein bisschen nervös wie dem auch sei wir machen auf jeden fall weiter mit den beliebtesten der will zumindest den bestbewerteten wenn es um den daumen nach oben geht es gibt ja auch ein sternen bewertete level darf man ja auch nicht vergessen mal gucken was haben wir denn noch sonst für level ein schönes süßes level wollen wir das mal spielen ich will mal probieren ich probiere es mal aus mal gucken wird schon schief gehen wie soll ich nach oben kommen wie soll ich nach oben kommen ich verstehe ich verstehe ich muss die plattform verwenden ich muss die plattform verwenden oder warte ja klar es geht es geht tatsächlich das geht tatsächlich meine güte next ich wusste gar nicht dass man direkt aus dieser teleporter plattform rausspringen kann habe ich jetzt persönlich nicht erwartet aber okay dann ist es eben so was haben wir denn noch für level wieder so ein mario brothers stil level das können wir mal spielen das können wir uns mal näher anschauen zumindest wirkt es halt so defeat 10 of these enemies okay es ist halt wieder so ein ähnliches stil aua so zwei von denen haben wir besiegt jetzt kommen die nächsten das ist auch nötig das war unnötig das war dumm und unnötig und unnötig unnötig und dumme nein aufpassen 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 geduldig sein weil die goombas hier sind ja in dem sinne keine goombas wir haben ja nur den stil angepasst dadurch wirken sie wie goombas aber haben eine andere mechanik die bleiben kurz stehen täuschen an und gehen dann schneller okay good job würde ich auch sagen good job wonderful job perfect job genau so und nicht anders sehr schön wenn auch nicht perfekt aber okay zumindest kein fail das wäre auch ziemlich peinlich gewesen naja kurz davor kurz davor aber immerhin ich habe es geschafft das ist die hauptsache ich habe es geschafft ja das sieht interessant aus die nummer 15 difficult alles klar klingt sehr einfach ja sechs coins sammeln das klingt sehr einfach ist aber nichts ja nein klingt sehr einfach ja ich soll euch mal es war Das wär alles gewesen. Das wär alles gewesen. Puh, good job. Ja, good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. So, was haben wir jetzt noch? Ist die 17 okay? Fassil. Probieren wir es mal aus. Probieren wir es mal aus. Nein. Pseudo-Chuck besiegen. Und 6 Coins sammeln. Hier steht, ich soll das nehmen. Und das war falsch. Das war falsch. Das war ein Troll. Das war ein wunderschöner Troll. Sehr schön. Hä? Aber warum? Ach, die Coins. Na klar. Na klar. Na klar. Level clear. Level clear. Level clear. Dank. Ein Level clear ist immer gut. Ist immer was ganz Besonderes. Hat immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Okay, das wirkt noch human. Ob es das ist, weiß ich nicht. Aber wir schauen uns das mal genauer an. Auf gut Glück. Wir schaffen das. Gemeinsam schaffen wir das. Drückt mir die Daumen. Aber ich finde es cool, dass Sonic jetzt eine Feuerblume hat und jetzt Feuerblumen Sonic ist. Er ist jetzt Super Saiyajin Sonic. Sonic. Okay. Das brauchen wir mit. Müssen wir mitnehmen. Oder auch nicht. Das wird dort. Das lassen wir dann dort. Das lassen wir dann dort. Warum kann ich nach oben? Hallo? Ich will nach oben. Endlich. Das wurde aber auch Zeit. Zwei Blue Coins nehmen. Kann ja nicht schaden. Was ist hier drin? Noch eine Bubble. Aua. Okay. Ein Blind Jump wäre also sehr, sehr gefährlich gewesen. Hä, was war das? Ach, ich kann ja... Natürlich. Das ist ein bisschen, wenn ich runterspringe. Okay. Sehr gut. Darüber freue ich mich sehr. Da ist ein unsichtbarer Boden. Da ist ein unsichtbarer Boden. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und endlich kommt jetzt der Wandsprung zum Einsatz. Okay, das war ein nettes kleines Level. Das gefällt mir. Designtechnisch ganz nett. Gefällt mir. So kannst du ruhig weitergehen. Solche Abenteuerlevel, die liegen mir so. Und da ist Kuma. Ist das Kuma der Bär? Oder hat das was mit Akuma zu tun? Wer weiß das schon? Ich weiß nur eins. Wir sind wieder am Ende dieses Parts angelangt. Und es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß bei diesem Part. Falls ja, dann hinterlasst den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Damit ihr auch keinen weiteren Part von Plattform Creator Plus A verpasst. Es wird hoffentlich, beziehungsweise auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall weitergehen. Definitiv. Ich bin nur überlegen, ob ich das Ganze jetzt in Zukunft etwas unregelmäßiger mache. Oder ob ich das jetzt immer noch regelmäßig machen soll. Und zwischendurch immer was anderes reinschieben soll. Äh. Ja, wie würdet ihr das jetzt handhaben wollen? Würdet ihr das, beziehungsweise wie würdet ihr das haben wollen? Möchtet ihr gerne regelmäßig sowas sehen? Oder möchtet ihr auch mal was anderes sehen? Was halt nicht mal direkt mit Mario Maker zu tun hat. Also auch indirekt. Es hat ja auch indirekt was mit Mario Maker zu tun. Auch wenn es nicht direkt Mario Maker ist. Aber es ist halt so ein, ja, ein Clown. Ein Clown, genau. Ein Clown. Ein Clown, beziehungsweise auch. Wobei es auch so ein bisschen eigene Mechaniken mit sich bringt. Was ich auch ziemlich cool finde. Also, es ist nicht ein 1 zu 1 Klon. Das möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Also, das ist wirklich ein kreativer Klon. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich hoffe, das ergibt einen Sinn. Bestimmt. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part wieder. Oder beim nächsten Video wieder. Je nachdem, worauf ich Lust habe. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut und bleibt dran. Wir sehen uns wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.